Musik Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Part 4 von Let's Play Mountain Blades Ähm Ich kann mich gerade noch erinnern Wir haben hier den General verjagt Ja Und ich kann mich aber nicht erinnern Haben wir hier das schon? Plündert das Dorf und macht das dem Erdboden gleich Soll ich das tun? Das ist hier die Frage Das ist hier die Frage Wie sieht es denn nochmal mit dem Inventor aus? Hm Das kann weg Runder Kavallerie Schild Na bitte Etwas mit unserem Wappen Und Pferde Pferde können wir weg Ja Ähm Hm Die Frage ist Können wir noch Ah Rolf ist verletzt Nicht gut Nicht gut Nicht gut Schande Ah Scheiße Scheiße Und ich habe sehr viele Leute die verletzt sind Und ich habe hier auch noch Ah komm Das machen wir noch Das sah knapp aus Ja Halt ich Gut Gut dass wir gespeichert hatten Wo wo ist der Wo ist der Oh da hat er ja noch die Scheiße Scheiße Stimmt Oh kacke Also 3f1f2 Folgt mir Das Gute Sie können Nur so Angreifen Was meine Männer Wieder in einen Vorteil bringt Denn ich habe Nords Und Nords sind wie jeder weiß besser Im Nahkampf Solange es auf dem Boden stattfindet Ich muss mich hier gerade nur um Oh oh Ich darf aber nicht krepieren Das wäre schon ganz sinnvoll Wenn ich überleben würde Ich sehe gerade Einiges an Rot Aber das dürfte ich gewonnen haben Oh Vergiss es Ah Schande Das ist Entschuldigung Wenn ich gerade so leise bin Aber ich streng Mich gerade Zieh mich an Nicht Oh Vergiss es Ich bin schon tot Ich bin so gut wie tot Ich bin mehr als nur so gut wie tot Ich bin praktisch tot Ich bin praktisch tot Ein Schild Ein Schild Ein Schild Ein Schild Einfach auch ein Schild Passt doch Diese verdammten Bogenschützen Ja Ihr habt fünf Soldaten die gegen Oh komm Bitte sagt mir Dass wir entkommen können Bitte Nein Nein Natürlich nicht Olaf Unnötiges Blut vergießen Ich bin jetzt also alleine Verwundet Und gegen Die Weißt du was Das hat Das hat Keinen Sinn Komm 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 Dich nehme ich noch Nicht mit Fertig Ja 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 Ihr habt gewonnen Aber Kommt Das ist doch kein Sieg hier Ja Äh Ohne speichern Beenden Ja nochmal Gut Ahem Das ist alles gut Und jetzt habe ich vergessen Die Zeit zu stoppen Verdammt So Was haben wir daraus gelernt Finger weg von denen Wir gehen jetzt Zurück Nach Sag Gott Denn da haben wir ja noch Freunde Dann müssen wir fleißig rekrutieren Aha gut Ihr könnt ja unten in den Kommentaren schreiben Ob 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 Das noch in Ordnung geht Oder Ob das nicht so gut ist Wenn ich das so mache Aber das war das letzte Mal Dass ich mich so vor einem Kampf drücke Okay Versprochen Aber das ist doch auch unfair hier Meine ganzen Männer verletzt Und jetzt kann ich auch diesen Rodokfehler da Hier gut machen Und da haben wir noch einiges Und dann können wir auch langsam Obwohl langsam Wir müssen zuerst Noch weitere Rekruten Rekrutieren Und dann endlich hier Das ist so Wir suchen uns eine schöne Burg Eine schöne Burg Die wir dann einnehmen können Wir bewegen uns mit 4,6 Das ist langsam Aber nicht zu langsam Das da Nee Am besten wäre das hier schon Weil Ich meine Wir haben einen nicht so langen Weg Also wir haben einen langen Weg Aber nicht so lang Zurück zu unserem Unsere Nord hier Die ja nicht unser sind Aber ich werde mich bemühen Ich werde mich bemühen mit ihnen Dann Bündnisse zu schließen Aber ich bin wieder bei 100% Und Rolf Wieder bei 45% Rolf darf nicht ausfallen Als Ich weiß gar nicht Ist das schon unser Heiler Oder Ich muss gucken Oho Sie greifen meine Hauptstadt an Da ergatter ich doch mal die Chance Ich hoffe die Belagerung hält an Bis ich ankomme Und helfen kann Habe ich Swarische Einheiten Trupp Swarische Miliz Ja Habe ich Äh Ich halte mich noch mal Aus dem Krieg heraus Wir haben nämlich noch nicht einmal eine Burg Und wir brauchen aber mindestens eine Burg Um uns an Krieg beteiligen zu können Und da wäre es auch bestimmt nicht ziemlich Das wäre nicht schlau Gegen Die Swadia Krieg anzufangen Wir haben ja schon Krieg mit denen Und erst mal Müssen wir sie in die Knie zwingen Was auch wieder seine Zeit dauern wird Aber das ist ja gut Auf dem Weg können wir ja Ja Die Nord sind uns wohlgesonnen Mal schauen ob wir Angeboten bekommen Äh Als Jarl zu arbeiten Arbeiten Mit Jarl zu werden So Äh Rekrutiert freiwillig Oh Nur einer Schade Aber trotzdem Für 10 Dinara Ein guter Kämpfer Hoffe ich mal Noch ein paar Bauern Tja ja So Ähm Erstmal zur Schenke Hoffentlich ist ein Lösegeldvermittler Streitlustiger Säufer Ach man Lösegeldvermittler Yay Ja 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 Selbstverständlich Man heißt im Hofe Karadias willkommen Es gibt nicht viele Die das von sich behaupten können Sorgt also stets dafür Dass ihr nirgendwo Dass ihr irgendwo noch Ein Geldsäckel vergrabt Natürlich Okay Okay Ähm Ja Dann äh Dann holt mal besser euer Geldsäckel raus So 160 Und 66 Mhm Okay 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 Nehm schon mal mein Schwert raus Komm her Ja Ähm Ähm Eigentlich doch Doch Ich weiß es Wer ihr seid Herr Bitte Vergebt mir Euer Durchlaucht Ich hatte wohl zu viel mit Ich werde mich empfehlen Jetzt sofort Und Wundert mich nicht Also packt euch hier fort Oho Das erste Mal Dass mir das passiert Okay Schank wird Ähm Ich möchte jeden Gast heute noch 1.000 Dinare Was soll ich den Jungs erzählen Lasst jeder mal in Sargoth Meine großzügig Ja Ja Okay Ähm Okay Sehr schön Meine Verhältnisse in Sargoth haben sich verbessert Das bedeutet Nein Ähm Beim Rüstungshändler verkaufen wir mal hier Wow Wir bekommen echt viel So viel Oh warte Warte Möchte ich das behalten Nein Nein möchte ich nicht Gott Das sah vielleicht hässlich aus Okay Sargoth Dienen Kavallerie Wohl Der ist viel besser Im Radenschwert, Pfeile könnte ich mal gebrauchen, weg, 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 okay, Pferdehändler, so, das hätten wir, das hätten wir, und was, begutachte, wir begutachten mal kurz die lokalen Preise, okay, ja, wir müssen bezahlen, so, schauen wir mal, wenn wir hier Wein kaufen, 86 Stück, und hier, Leinen, in Scharif, in Amerat, und Scharif, Wein in Amerat, oh Gott, das, 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 das schaffe ich nicht, erstmal hier ein Stück Papier, also, Amerat, ähm, so, Wein, und in Scharif, Leinen, okay, ähm, dann, dann, dann machen wir das, machen wir das, dann, äh, gehen wir zum Warenhändler, Leinen, kaufen, 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 im Volltuch braucht kein Mensch, Wein kaufen, kaufen, haben die genug zu fressen, mhm, kaufen wir ihnen mal was verfault, ja, bleh, Schweinefleisch, 6 auf Truppenmoral, ich glaube, unsere Moral ist ganz gut, ähm, ja, okay, Ach, du Schande, der Einkauf war teuer, aber, egal, das wird sich lohnen, äh, Arme, 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 Amerat, Arme, ich hoffe mal, da, okay, also, wir gehen über Scharif, so, müssen wir nicht so, die ganze Zeit durch feindliches Gebiet marschieren, das könnte dann doch, ganz, gut sein, wie sieht es nochmal im Top aus, Moral hoch, finde ich, gut, aber sie ist nicht mehr ausgezeichnet, naja, Anmerkungen, keine Anmerkungen, irgendwelche Berichte, Truppengröße einsehen, Gefährtenmissionsberichte, wöchentliche, so, 234, mhm, okay, egal, weiter geht's, weiter geht's, äh, wie viel Uhr, 17, 8, oh, die Zeit ist schon lange um, also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, äh, ich halt mal hier kurz, Lager, ähm, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ähm, let's play, Mount & Blade Warband, und, äh, ich bedanke mich, und, tschüss. bau,